Ich begrüße Sie ganz herzlich. Zum Guten Morgen Börse gemeinsam mit XTB heute am Freitag, den 21. Juli 2023. Wir wollen uns natürlich einen Blick gönnen auf den Nasdaq 100 ganz besonders, der gestern einen kleinen Meltdown zu sehen bekommen hat. Eine gesunde Korrektur, nichts Überzubewertendes an dieser Stelle. Wir sehen auch tatsächlich keine wirkliche Risk-Off-Tendenz oder dergleichen. Wir haben noch nicht mal einen signifikanten Spike in irgendeiner Form im Wix, den Volatilitätsindex auf dem S&P 500 zu sehen bekommen. Der, ich glaube, ist sogar besser als minus 1% geschlossen. Also besser bedeutet, keine Abschläge größer als minus 1% gesehen. Wir sind, wie gesagt, etwas steil gegangen auf der Oberseite. Und ja, im Gesamtkontext, im Gesamtübergeordnetenbild natürlich dann die zwei gestern thematisierten Plays hier rund um Tesla und um Netflix stärker unter Druck gewesen. Jetzt ist die Frage natürlich, wie geht es weiter? Wird es ein Follow-Through auf der Unterseite geben? Das werden wir natürlich sehen. Aber ich muss ganz ehrlich gestehen, ich denke, wir sind erst mal fertig. Wir hatten auch schon in der Vergangenheit häufiger mal, also Vergangenheit häufiger mal ist ein bisschen übertrieben, aber zumindest gab es immer mal so Momente. Da gab es so relativ scharfe Flushs auf der Unterseite. Und wir sind dann recht zügig aus dem Nichts fast schon wieder zurückgekauft worden. Ich erinnere mich da an eine Entwicklung zum Beispiel im Juni, kurz auch vor der damaligen Fettsitzung. Und da wollen wir heute einen Blick drauf werfen. Das könnte ähnlich verlaufen heute. Und dann stellt sich natürlich die Frage, was sind potenzielle Plays? Da ist mir gestern eine Aktie in den Fokus gerückt, die wir hier auch schon mal zum Thema gemacht hatten, nämlich rund um Rivian, die unglaublich stark performt hat. Da wollen wir einen Blick drauf werfen. Wir wollen vielleicht auch nachträglich nochmal einen kurzen Blick werfen auf eine Tesla zum Beispiel, wie das einzuordnen ist, und auch auf eine Netflix. Also, in wenigen Sekunden starten wir dann. Bevor wir ganz offiziell starten, allerdings erst der Blick auf den Risikoinweis. Devisen und CFD sind komplexe Handelsinstrumente. Die werden auf Margin getradet und gehen mit dem hohen Risiko hinher, schnell Geld zu verlieren. Sind ausgehend hiervon nicht für jeden Anleger geeignet. Bevor man mit dem Handel beginnt, erstellt man bitte sein persönliches Risikoprofil. Und oder lasst ein solches erstellen von einem unabhängigen Finanzberater. Lass sich dann auf xtb.com.de kostenlos eine Demo herunter. Testet den Handel risikofrei. Schaut, ob das Risikoprofil, das persönlich erstellte, mit jenem von CFDFX-Produkten korrespondiert. Sofern man das mit Ja beantworten kann, hat man natürlich auch die Möglichkeit, ein Live-Konto zu eröffnen. Diesbezüglich alle Informationen. Der ganz vollständige Risikohinweis auf xtb.com.de. Nutzt darüber hinausgehend gerne die Möglichkeit, xtb einmal den Kundensupport zu kontaktieren, falls ihr Fragen habt, ganz besonders beispielsweise zu xStation. Oder auch um die Produktpalette, die xtb anbietet. Darüber hinausgehend ein Hinweis, mögliche Interessenkonflikte. Alles, was ich hier präsentiere, sind meine Gedanken. Das sind Ideen. Das ist mein Gameplan. So sehe ich die Situation. Es ist rein informativ, rein edukativ. Es ist aber keine Anlageempfehlung. Bitte nicht als solche missverstehen. Dann, bester CFD-Broker des Jahres 2023. XTB ist ausgezeichnet worden. Die Gründe, die wir dazu geführt haben, findet ihr hier in der Mitte. Wenn ihr schon bereits bei XTB handelt und euch überzeugen können und zufrieden seid, würde sich XTB über eure Stimme freuen. Bei der Broker-Vergleichswahl. Online Broker 2023. Einmal den QR-Code hier scannen oder die URL eintippen. Tolle Preise gewinnen und XTB hoffentlich zum nächsten Award verhelfen. Die X-Station, auf die wollen wir jetzt einen Blick werfen. Auf diese wollen wir hier schauen. Ich habe zunächst den DAX einmal offen. Vielleicht den ganz kurz, bevor wir uns dann dem NASDAQ ganz besonders widmen wollen. Der war erstaunlich stabil. Der DAX gestern. Summa summarum. Selbst wenn man sich beispielsweise die Performance im S&P anschaut an dieser Stelle. Das war eine solide Vorstellung einfach. Das muss man ganz konkret so feststellen. Das war wirklich solide, was der DAX hier an dieser Stelle gestern fabriziert hat. Er handelt immer noch in seiner Range zwischen 16.100 Punkten auf der Unterseite. Das ist hier diese grün gestrichelte Linie. Diese nehmen wir hier einfach mal raus, ganz kurz. Und nach oben dieser rot durchgezogenen Linie. Das ist die Region um 16.300 Punkte. Innerhalb dieses Modus, denke ich, ist der DAX neutral. Wenn man es so nimmt oder sieht, wie ich jetzt im Hinblick auf den NASDAQ, dass der nach diesem relativ scharfen Rücksetzer tendenziellen den Bounce sehen dürfte, was dann auch positiv auf den S&P 500 durchschlägt, könnte der DAX im Windschatten vielleicht in dem Wochenschluss zu einer Attacke auf die obere Range-Begrenzung ansetzen. Müssen wir mal abwarten, ob das tatsächlich stattfindet. Trading-technisch auf jeden Fall der DAX eher unattraktiv inmitten eben dieser Handelsspanne. Im Hinblick auf den NASDAQ ist das ein bisschen anders. Wie gesagt, wir haben gestern diesen aggressiven Drop zu sehen bekommen. Das war fortwährend auch Abgabedruck dann ab 16 Uhr, der sich hier wieder gespiegelt hat. Der dann, wie gesagt, auch dazu geführt hat, wir haben im Bereich der Tagesdienst geschlossen, ist eigentlich ein schwaches Signal. Aber wenn man das im Gesamtkontext betrachtet, dann denke ich, gilt es, das ein wenig zu relativieren. Zum einen sind wir sehr, sehr steil auf der Oberseite gelaufen, dass da mal ein Rücksetzer kommt, auch in der Größenordnung von 2% und ein bisschen mehr. Im Falle jetzt zum Beispiel der Qs, also dem ETF auf den NASDAQ 100, das war erwartbar, das durfte so erwartet werden. Und vor allem sollte man auch das Insgesamtumfeld, das Sentiment, so wie wir den Markt aktuell vorfinden, nicht unterschätzen, ehrlich gesprochen, meiner Einschätzung nach. Denn derzeit, wir sind einfach klar bullisch. Das heißt, es wäre nicht überraschend, wenn wir in diesen kurzen Flasch zügig wieder Käufer reinkommend sehen. Jetzt wird man sich fragen, was könnte denn so etwas triggern? Aktuell ist der Wirtschaftssachenkalender dünn, wie wir es hier sehen können. Das Einzige, was heute vielleicht relevant ist, vielleicht dann für den Devisenbereich und hier für das Cable, also British Fund gegen den US-Dollar, sind die Einzelhandelsumsätze, die gerade veröffentlicht worden sind. Das hat aber keine Auswirkungen auf den breiten Aktienmarkt. Die Earningsfront, in Anführungsstrichen, ist auch dünn. Da geht es nächste Woche dann richtig los mit Microsoft, mit Google, mit Meta, mit Facebook. Also das heißt, aus dieser Warte sollten wir keine Impulse erwarten. Und genau das ist eigentlich so eine Konstellation, die erinnert mich ein wenig jedenfalls. Ich will jetzt die Parallelen nicht ziehen oder hundertprozentig ziehen, aber einfach, dass wir nicht ausschließen sollten, dass es immer mal wieder solche Tage gab in der Vergangenheit und besonders in einem bullischen Umfeld dann sich zügig Käufer fanden. Und zwar hatten wir hier mal, das war eine Woche ungefähr vor der FED-Leitzinsentscheidung im Juni, hatten wir mal kurzen Rücksetzer, Größenordnung auch von 2%, innerhalb eines Handelstages, die aus dem Nichts kam. Der Markt ist sehr, sehr steil gelaufen, auf der Oberseite in die FED hinein, wir konsolidierten kurz, knapp, kam recht ruhig in die Woche rein und dann kam so ein richtiger Wusch-Moment auf der Unterseite. Und da dachte man, okay, ja, auch da waren wir in einem bullischen Grundmodus, okay, dann gibt es einfach mal einen tieferen Rücksetzer, dann werden die Karten neu gemischt mit der FED nächste Woche. Und schon am darauffolgenden Donnerstag kamen sofort wieder Käufer rein, wir haben nahezu den Impuls komplett wieder aufgeholt gehabt und haben dann im Bereich um die bis dato Jahreswoche, sogar mit einem kleinen Spike auf neue Jahreswoche, die Woche beschlossen. Und sahen dann auf weiteres Momentum weitergetragen mit der FED, dann Squeeze-Bewegung am Donnerstag, trotz restriktiver Haltung und dergleichen. Ich würde sagen, solch ein Muster, das ist natürlich nur ein Fall, auf den wir jetzt hier referenzieren, sollte man ein bisschen vorsichtig sein, aber im Gesamtkontext wäre ich nicht überrascht, wenn wir bereits heute wieder Käufer auf den Plan treten sehen. Vielleicht maximal noch, dann gehen wir mal ganz kurz auf die 5-Minuten-Ebene, vielleicht maximal noch einen kurzen sogenannten Flushout auf der Unterseite sehen. Vielleicht die Tiefs von gestern unterschreiten, kurz mal hier rein spiken, aber keine halten unterhalb, keine Konsolidierung, kein respektieren die ihre Niveaus und weiteren Abgabedruck sehen, sondern nur kurz rein spiken und sofort zurückgekauft werden. Oder sofort in Anführungsstrichen, nicht sofort initial, aber zumindest mal einen kurzen Flush sehen und dann über den Tag, über die Handelsstunden in den Wochen Schluss hinein zurück über dieses Niveau laufen und dann vielleicht eine Gegenbewegung einleiten, die uns zurückführt in Richtung 15.700. Das würde jetzt keine neuen Hochs in irgendeiner Form nach sich ziehen, aber es würde eben auch nicht unbedingt bedeuten, dass die Chancen, meiner Einschätzung nach jedenfalls, groß sind, dass wir hier eine ernsthafte Attacke auf, ohne auch die entsprechenden übergeordneten Impulsgeber, ohne die FAB nächste Woche, dieser, wenn auch etwas steil gelaufenen Trendlinie eben zu sehen bekommen. Oberhalb dieser bleibt der Modus auf jeden Fall weiter long. Also ein kurzes Stechen in diese Gefilde, die ehemaligen Hochs, die Ausgangsniveaus der Rallye vielleicht der letzten Tage, auf die Verbraucherpreise letzte Woche Mittwoch. Die ist denkbar, aber nichtsdestotrotz würde ich hier für die Bären derzeit den Modus nicht in den Himmel wachsen sehen. Also wirklich eine Risk-of-Tendenz können wir auch hier sehen. Ich habe den Wix mal aufgemacht, dies nicht auszumachen. Wir haben leichte Abticks im Volatilitätsindex gesehen, im Angstbarometer auf den S&P 500, aber es ist jetzt nicht so, dass die Marktteilnehmer plötzlich sagen, um Gottes Willen, wir müssen raus aus Aktien und sind total sorgenfrei oder dergleichen. Das ist einfach eine gesunde Korrektur gewesen, die sich im Gesamtkontext abgezeichnet hat. Wir warteten darauf, es hat mal einen Rücksetzer gegeben, aber es könnte sein, dass die relativ zügig, genauso wie dieser kleine Wusch kam, dieser Wusch dann auch wieder weggeweht wird und wir uns in Richtung der ehemaligen Hochs aufmachen und dann, wie gesagt, mit der Fed kommende Woche Mittwoch neue Impulse abwarten. Was in dem Zusammenhang natürlich immer interessant ist, ist, wir haben den Einzeltitel performt. Wir wollen der Vollständigkeit halber nochmal ganz kurz schnell einmal auf Tesla eingehen, nach den Earnings. Ich muss ganz ehrlich gestehen, ich persönlich kann schwer nachvollziehen, wie solch eine Bewegung zustande kommt, auf einen eigentlich sehr soliden, vielleicht sogar starken und visionären Earnings Call, ohne jetzt so sehr in die Details zu gehen. Was spannend ist, ist in dem Zusammenhang, besonders auch im Hinblick auf den überdehnenden Modus im derzeitigen Umfeld, wenn wir jetzt schon im Schlusskurs gehen, von Mittwoch. Also das bedeutet, kurz bevor die Earnings veröffentlicht worden sind, haben wir um 2,90 geschlossen gehabt und sind gestern im Tief bis 2,60 gelaufen. Nur um das mal einzuordnen, rein quantitativ, die ATR für die letzten 22 Handelstage, also im Börsenmonat umfasst ungefähr 22 Handelstage. Demnach gucke ich mir an, was ist die Schwankungsbreite hier durchschnittlich pro Tag in der Tesla-Aktie gewesen. Über dieses Zeitfenster liegt bei ungefähr 10,60 Dollar, 10,70 Dollar. Das heißt, eine Bewegung von 2,90 bis 2,60, das sind fast drei ATR, also drei durchschnittliche Schwankungsbreiten, die wir gelaufen sind. Das ist schon extrem viel, vor allem auf so starke Earnings. Es wäre nicht, und vor allem auch in Ergänzung hier, dass es zum Beispiel ein Gap Close ist, dieses Delivery Gaps, welches wir hier zu sehen bekommen haben. Die Deliveries sind ja die ausgelieferten Fahrzeuge präsentiert worden, beziehungsweise veröffentlicht worden, die zahlen Anfang Juli am 3. haben wir ein scharfes Gap gesehen, das wurde jetzt nahezu fast punktgenau geschlossen. Aus der Perspektive könnte man vielleicht sagen, auch eine Orientierung, dass Marktteilnehmer aufmerksam werden auf diese Region. Es wäre nicht unbedingt überraschend, wenn wir mit einem übergeordnet bouncenden Nasdaq, vielleicht auch in Tesla, gegen diesen Bereich erstmal bouncen. Aber es ist nicht unbedingt der relativ stärkste Titel in diesem Zusammenhang, auf den ich mich fokussieren würde. Wenn wir uns die Price Action nur anschauen, und das ist ja das, was uns interessiert, jetzt mal unabhängig davon, wie ich zu den Earnings stehe oder dem Earnings Call. Da gab es aber gestern einen Kandidaten, der ist mir zufällig reingelaufen, weil er in einem roten Meer, in Anführungsstrichen, positiv performt hatte. Und da sind wir mal wieder bei Rivian, bei einem, in Anführungsstrichen, Konkurrenten von Tesla. Also wenn man das als Konkurrenz bezeichnen kann. Aber Fakt ist auf jeden Fall, Rivian hat jüngst eine extrem spannende Price Action zu sehen bekommen. Ohne jetzt zu sehr in die Fundamentals zu gehen. Wir haben einen recht stark überdehnten Modus hier auf der Oberseite. Und ich habe die Aktie die gesamte letzte Woche auf dem Schirm gehabt und auch diverse Male getradet tatsächlich und auch von der Short-Seite getradet. Aber ich habe jedes Mal bei Momentum Plays auf der Unterseite festgestellt, einen Drop unter die 24 nachhaltig, der wollte nicht gelingen. Wir sind mal kurz drunter gelaufen, hielten aber nicht drüber, sind sofort wieder zurückgekauft worden. Das war in Summe schon ein relativ starkes Signal. Und gestern sah ich dann diese Aktie, die ich natürlich immer noch bei mir in der Watchlist habe, sah ich diese Aktie positiv fließen mit einem Plus von 3% für den gestrigen Handelstag im Bereich um 26% in einem, wie gesagt, tief roten Marktumfeld insgesamt. Und wenn du dann einen Titel hast, der sich so relativ stark diesem Abgabedruck entzieht, ist das meiner Einschätzung nach ein potenzieller Breakout-Kandidat auf der Oberseite. Sollten wir dann übergeordnet uns stabilisieren. Also ich wäre nicht überrascht, wenn wir in Rivian hier zeitnah einen Bruch über 26, 26,50 sehen würden. Ziel eines solchen Breakouts läge dann aufgeklappt, ich würde sagen eine Range von 2,50 Dollar, vielleicht 3 Dollar auf der Oberseite. Ziel läge irgendwo im Bereich zwischen 28 bis 29 Dollar. Könnte durchaus ein interessanter Kandidat sein für sogenannte Momentum Plays nach einem Break über die 26, 26,50. Das meinerseits. Happy Trading. Passt auf die Sops auf. Habt ein schönes Wochenende. Nächste Woche am Montag hören wir uns wieder. Ich freue mich drauf. Habt euch wohl. Macht's gut. Bis dann. Und tschüss. 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 Tschüss.